Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu meiner Sendung Klartext, philosophischer Ergüße des Rainer Ernst. Ich möchte mal mit euch heute über irgendwelche Sachen reden, die mich in letzter Zeit beschäftigt haben. Darin verbirgt sich auch das Geheimnis, warum ich in letzter Zeit nicht mehr so viel hochlade, wie noch vor einem halben Jahr, so nach dem Motto. Also, nehmen wir ein kleines Beispiel. Sagen wir mal, der Papst hat ja irgendwie gestern oder so die Ukraine aufgefordert, Mut zur weißen Flagge zu zeigen und Verhandlungen mit den Russen aufzunehmen. Daraufhin kommt die Panzermann und verkündet heute, sie schämt sich, eine Katholikin zu sein. Versteht ihr? Sie schämt sich, eine Katholikin zu sein, weil der Papst sich irgendwie ausspricht für Frieden. Alles klar, Panzermann, ich verstehe. Aber wisst ihr, wenn das heute so funktioniert und wenn die Panzermann im Endeffekt kein, weil ihr müsst bedenken, der Papst wird ja zitiert aus der Autorität seines Amtes als Papst sozusagen. Wenn der Papst nicht der Papst wäre, dann könnte er solche Forderungen stellen, so viel er wollte. Die Medien würden das gar nicht thematisieren. Jetzt ergießt sich ein Shitstorm von den üblichen Belizisten gegen den Papst. Und wie gesagt, die Panzermann erzählten mir, sie würden sich schämen, Katholikin zu sein. Genauso gut schäme ich mich, Deutscher zu sein, weil die Panzermann es ja auch ist. So wie es im Moment aussieht. So wie ja bestimmte Stimmen aus den Medien einfach verschwunden sind und zum Schweigen gebracht wurden. Das gibt sie heute noch in irgendwelchen alternativen Medien und auch nur dort, wenn sie nicht zu laut sind. Und dafür wird die Diskussion rund um diesen Ukraine-Konflikt dominiert von den Panzerfrauen und Panzermännern und den Kiesewettern und wie sie alle heißen. Aber wenn das so ist, dann spielt sowieso alles keine Rolle. Und zum Beispiel warst du auch immer bei den Linken. Die Linken nerven mich in letzter Zeit ganz besonders, weil ich so eine komplette Implosion der linken Bewegung und der linken Ideologie heute sehe. Die Linken beschäftigen sich heute mit Gugu Gaga und dieser Sherewan versäumt es, bei keinem Interview ganz stolz zu verkünden, er ist nicht gegen Militäreinsätze und Waffenlieferungen. Alles klar, Sherewan. Aber worüber haben wir dann die letzten 60 Jahre geredet? Ich bin aufgewachsen in einem bestimmten Spirit. Und jetzt erlebe ich aber wieder eine Zeit genauso, wie damals im ehemaligen Jugoslawien diesen Krieg gab es. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, als ich klein war. Und irgendwie hatte ich so den Eindruck, dass der Westen die Jugoslawien damals allein gelassen hat oder beziehungsweise vor allem seine eigenen Interessen verfolgt hat, dass ihm im Endeffekt unsere Leben egal waren. Und heute, wenn ich mir heute die Ukraine angucke, guck mal, es gibt irgendwelche Zahlen, dass eine halbe Million ukrainischer Männer entweder tot sind oder Invaliden. Dauerhaft kriegsversehrt. Das heißt also, im Endeffekt geht uns die Ukraine in Beidemarsch vorbei. Wir führen einen geopolitischen Konflikt. Es gibt ja immer diese Leute, ja, warum ist dies so und warum ist dies so und wie könnte es sein? Versteht ihr, wie kann ich mir eine Brücke bauen, um das Offensichtliche? Nur weil es nicht in meine Ideologie passt und in mein Narrativ, dass ich die letzten 60 Jahre rauf und runter gedroschen habe, wie kann ich mir jetzt eine Brücke bauen, mir irgendwie zu erklären, warum ich trotzdem im Recht bin und das Offensichtliche nicht die Wahrheit ist. Aber das ist alles Bullshit. Die Wahrheit ist, sagen wir mal, wenn du jemand bist, der Mitleid hat mit Menschen in Gaza zum Beispiel oder wenn du es nicht richtig findest, wie die Ukrainer in der Ukraine verheizt werden oder wie heute so eine wie die Panzermann irgendwelchen Russen hast schürt und so weiter und so fort, wenn dir diese ganzen Hardline auf den Sack, dann gehörst du zu einer Minderheit. Ich weiß nicht, wie viele du bist. Du bist vielleicht 10% der Bevölkerung. Genauso gibt es auf der anderen Seite der Gesellschaft, sagen wir mal, die 10 bis 15%, die hassen Russland, die sind für Krieg, die denken, wir werden in ganz großen Wurf landen, wir müssen Putin besiegen, so nach dem Motto. Ist ja auch gut und schön. Darum soll es mir in dieser Sendung gar nicht gehen. Aber der Witz ist, dazwischen gibt es eine bresige Mehrheit von zwei Dritteln der Gesellschaft, denen ist es im Endeffekt scheißegal. Was siehst du? Die blenden solche Themen einfach aus. Die freuen sich weder darüber, wenn Russen sterben, noch bedauern sie es, wenn Russen sterben. Die freuen sich weder darüber, wenn Deutschland Panzer baut, noch bedauern sie, wenn Deutschland Panzer baut. Sie sind einfach nur mit sich selber beschäftigt und gehen ihrer Arbeit nach, leisten das, was sie halt zu leisten haben. Sie kassieren ihr Gehalt, gehen nach Hause, wollen ihre Ruhe. Sagen wir mal, diese Polizisten, die leben in der Illusion, man muss jede Stimme zum Schweigen bringen, die irgendwie den Krieg gegen Putin kritisiert, weil sie glauben, dass es eine Rolle spielt, ob jemand diesen Krieg kritisiert oder nicht, aber in Wahrheit spielt es keine Rolle. Und genauso hast du irgendwelche Linken, die glauben, ja, wann werden die Menschen endlich begreifen, dass der Westen auch das Böse ist, aber sie haben es doch schon begriffen. Wir wissen es doch alle. Wir wissen doch alle, wir haben doch Snowden mitbekommen. Wir wissen, dass wir überwacht werden. Wir haben das Wikileaks damals mitbekommen. Vassange sitzt ja heute noch im Knast deswegen. Wir wissen, dass die US-Army genauso brutal und unmenschlich ist. Oder sagen wir mal, bestimmte Einheiten. Ich glaube nicht, dass alle Army-Soldaten so sind wie die in diesem Hubschrauber-Video. Aber es gibt sie halt. Und dass gefoltert wird, das wissen wir auch. Wir wissen doch in Wahrheit alles schon. Und voll vieles von dem, was wir labern und was wir in irgendwelchen Podcasts auch bei YouTube, was ich so sehe über den Tag hinweg heute. Sagen wir mal gut 85% der Sendungen, die ich heute in meiner Overview sehe, wenn ich YouTube aufmache. Die sind so, dass ich mir nur den Titel durchlese und das Thumbnail angucke. Und ich weiß schon, dass es in Wahrheit Bullshit ist. Ein Bullshit von einer Sorte, wie auch ich ihn die letzten Jahre nicht selten gemacht habe. Aber in Wahrheit ist es irgendwie für ein Arsch, weil es nur so eine Art Ritual ist. Es ist so ein dumm Geschwätz, das mich bekennen lässt zu einer bestimmten Gruppe und zu einer bestimmten Ideologie. Aber in Wahrheit spielt das keine Rolle, versteht ihr? Ob der Russe in der Ukraine gewinnt oder nicht, das spielt keine Rolle, wie sehr Panzermann hetzt. Panzermann kann hetzen, so viel sie will. Sie ist ja Waffenlobbyistin. Sie wünscht sich da natürlich ihre Boni, das ist ja auch gut und schön. Sie fiebert natürlich auch mit irgendwie, mit den guten Jungs und so weiter. Und dann gibt es ja irgendwelche Deutschrussen, die fiebern mit, mit den bösen Jungs und hin und her. Und wie gesagt, es gibt irgendwelche Linken, die meinen, man muss den Menschen die Augen öffnen. Und es gibt irgendwelche Richten oder, keine Ahnung, ich würde, ich, verstehe, ich will die Rechten nicht beleidigen, indem ich Leute wie Panzermann und Kiesewetter in ihr Lager tue. Sagen wir mal, die sind noch mal was anderes, die sind noch nicht mal rechts. Das sind irgendwelche Hardcore-Egoisten. Nennen wir sie einfach Hardcore-Egoisten und ideologisch Verblendete. Letztendens, ich habe das ja hier und da schon mal, schon häufiger mal erzählt mit meiner Partisanen-Oma. Und wie, wie sie, also was für sie Faschismus war. Sie hatte zum Beispiel diese Vorstellung, ich finde es auch gar nicht nochmal da von Anfang lang und breit, aber sie hatte so bestimmte Betrachtungsweisen, obwohl sie ja nicht gebildet war und nicht viel wusste von der Welt, hatte sie so bestimmte Merkmale, an denen hat sie Faschismus identifiziert. Sie wusste zum Beispiel, ihr war klar, dass Faschismus nicht national ist. Dass Fanatismus, diese Verblendungen, dieser heilige Eifer, dass es gar nichts damit zu tun hat, dass man jetzt Deutscher ist oder irgendwas ist, sondern dass es von Mensch zu Mensch halt so und so sein kann. Und ihr habt doch bestimmt mitbekommen, mit diesem Tatscho irgendwas, da muss der Nazis den Schädel eintreten und so weiter, soll ich mal was sagen, wenn dieser Tatscho Müller oder wie der heißt, damals aus unerfindlichen Gründen in Gefangenschaft bei den Partisanen geraten wäre. Und sagen wir mal, es hätte eine Sprachbarriere gegeben. Es hätte durchaus die Wahrscheinlichkeit bestanden, dass die Genossen ihn umgelegt hätten, weil sie gar keinen Unterschied an ihm entdeckt hätten. Er ist ja vermeintlich links, versteht ihr, er setzt sich ein für Klima und so weiter. Aber sagen wir mal, diese Genossen damals, die hätten gar nicht gedacht, dass er links ist, weil er ein Verhalten an den Tag legt und irgendwelche Merkmale zeigt, das sind die Leute, die diese Bewegung damals bekämpft hat, versteht ihr. Es ging ja nicht darum, der Kommunismus oder diese Partisanenbewegung, die hat ja keine Menschen verfolgt wegen irgendwelchen Gedankenverbrechen. Du durftest auch damals schon denken, was du wolltest. Letztendlich war es egal, was du dachtest. Es war nicht klug, manches laut zu sagen, aber im Endeffekt war vor allem eine radikale Haltung. Also die Vorstellung, dass da einer in dem ehemaligen Jugoslawien damals rumfuhrwerkt hat, der irgendwelche Leute umbringen wollte, aus welchen Gründen auch immer, das hätte den Genossen nicht gefallen, versteht ihr? Das heißt, ich will solche Leute gar nicht in ein ideologisches Lager tun. Ihr werdet schon sehen, worauf es denn ausschreibt. Aber im Endeffekt hast du dann diese Hardliner und die hast du in jedem Lager. Und das ist eine große Erkenntnis der letzten Jahre, die hast du in jedem Lager. Es gibt auch Rechte, die sind in Wahrheit sehr entspannt und sehr korrekt vom Typen. Und es gibt auch irgendwelche Linken, wie gesagt, die hätte meine Oma wahrscheinlich aus Versehen abgeknallt, weil sie gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass so jemand wie dieser Tatscho Müller ein Linker sein könnte. Weil sie ihn wahrscheinlich nicht als Teil ihrer Bewegung akzeptiert hätte. Sie wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass jemand, der Menschen in den Schädel eintreten will und so maßlos in seinen Gewaltfantasien ist, dass der irgendwas Gutes für diese Welt bewirken will, versteht ihr? Weil im Endeffekt waren ja die Genossen damals auch schon Vogue auf eine bestimmte Art und Weise. Sie wollten ja eine bessere Welt erschaffen, beziehungsweise sie wollten diejenigen unschädlich machen, die aus ihrer Sicht die Welt schlecht machen. Es gibt ja heute diese Hammerbande, die irgendwelchen Rechten die Beine brechen und ihnen die Knie zertrümmern. Da wäre ich mir auch nicht so sicher, dass die Genossen die damals nicht auch entsorgt hätten. Versteht ihr? Weil sie einfach gedacht hätten, das sind böse Menschen. Die wollen wir nicht. Die wollen wir nicht so als Teil unserer Bewegung, weil, du musst auch bedenken, meine Oma hat zum Beispiel damals thematisiert, irgendwelche übertrieben grausamen Genossen, die Gefangene gefoltert haben oder irgendwelche Gefangenen wahllos hingerichtet haben, die konnten auch schon mal über die Klinge springen, wenn sie sich so weit getrieben hatten. Die Genossen hatten auch ihre Grenzen, was sie sich geben konnten von Mitgliedern ihrer eigenen Bewegung und darüber hinaus war man dann halt weg, so nach dem Motto, das Krokodil hat er eingepressen. Aber ich denke mal, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Jetzt guck mal. Wenn du heute die deutsche Gesellschaft nimmst, wir haben die letzten 60 Jahre Frieden zelebriert, wir waren Gutmenschen, wir wollten das Gute, wir wollten eine bessere Welt, wir wollten Menschenrechte bringen und so weiter und so fort. Aber jetzt, heute müssen wir leider erkennen, dass alles bedeutet einen Dreck. Unsere Gesellschaft kann so, wenn sie es denn will, so wie damals nach, sagen wir mal Ende der 80er, Anfang der 90er, da waren wir auf Entspannungskurs mit dem bösen Russen, da haben wir ja auch noch seine Energie gekauft und da war es irgendwie ungünstig, wenn wir ihn zu viel haten. Also haben wir einen auf die Guten gemacht. Heute wollen wir mit dem Russen Krieg führen, wir wollen ihn fertig machen und heute ist es auch gar kein Problem, dass ihr, überleg mal, wie schnell diese ideologische Wende kam und wie bereitwillig auch gerade die Medien, das war gar kein Problem, dass die Medien einen Schalter umlegen und auf einmal wurden aus Friedenstauben und Friedensengeln, strame Belizisten, wenn ich jetzt so Begriffe höre wie Lumpenpazifist oder die Panzermann schämt sich dafür, dass sie Katholikin ist, weil der Papst befrieden ist. Ich meine, ob die Ukraine jetzt so einfach kapitulieren sollte? Ich sage nicht, dass sie das tun sollte. Der Papst ist auch nur ein Mensch. Ist ja gar keine Frage, dass der Papst fehlbar ist, aber die Panzermann könnte ja auch den Papst sachlich kritisieren. Sie könnte ja auch sagen, lieber Papst, du bist doch naiv und so weiter. So einfach geht das nicht. Aber das tut sie nicht. Stattdessen ergeht sie sich in irgendwelchen maximalen Emotionen und darin ist sie doch auch nicht anders, als Adi mit seinen Wutreden. Versteht ihr, ich will jetzt die Panzermann nicht mit Adi vergleichen, aber so diese überbordenden Emotionen, dieses Geschrei damals noch während des Dritten Reiches und so weiter, irgendwie sind sie wieder da. Versteht ihr, sie haben sich heute gewendet. Heute nennen sie sich Demokraten und sie wollen den Weltfrieden und wertbasierte Ordnung bringen und so weiter und so fort. Aber irgendwie schreien sie rum, genau wie diese Dudes von damals und ideologisch gesehen, sie sind auch Apologeten der Entlösung auf eine gewisse Art und Weise, auf eine andere Art und Weise. Aber gut, die Zeiten haben sich ja auch geändert und jetzt musst du auch Folgendes überlegen. Dieser betonte Patriotismus und dieser betonte Konservativismus, den ja heute irgendwelche Rechten zelebrieren in Deutschland. Das hast du ja auch so bei der AfD so diese Spezies. Guck mal, ich habe ein Interview oder eine Doku oder einen Bericht gesehen über diesen, wie heißt dieser eine Verleger da, der Götz Kubitschek und seine Frau, diese Ellen Kostritzer. Die siezen sich. Ich habe als Kind, zum Beispiel bei Kroaten, hattest du das manchmal, bei so vornehmen kroatischen Familien, da haben sich auch die Eltern gesiezt vor ihren eigenen Kindern. Die haben sechs Kinder, die sitzen da, die siezen sich, die sind stockkonservativ. So ist es selten. Wie jemand, und die wohnen auf dem Rittergut. Ich meine, solche Menschen gibt es auch heute noch, aber das ist eigentlich eher ein Lebensentwurf von vor 100, 150 Jahren. Und jetzt sind ja die Konservativen wieder auf diesem Trip. Es kann ja gar nicht konservativ genug sein. Und ihr müsst bedenken, das ist ja so eine Art ideologischer Gegenentwurf zum Westen, der aus Russland kommt. Steht ihr, ich meine, genauso wie du ja damals den Demokraten und Kapitalisten hattest, den westlichen Menschen, hattest du ja den Kommunisten und Sozialisten, den östlichen Menschen. Aber du musst bedenken, es war natürlich nicht jeder Demokrat damals in den 50er, 60er Jahren. Also nicht jeder, der im Westen gelebt hat, war auch ein Demokrat. Nicht jeder war strebsam oder ein Leistungsträger. Manche waren ja auch faul und autoritär und haben ihre Family unterdrückt. Und genauso gab es auch im Kommunismus irgendwelche Leute, die waren Leistungsträger und waren kein Metasozial. Die waren gierig und geizig und haben gar nichts abgegeben an ihre Genossen. Die waren völlig gegen den vermeintlichen Zeitgeist ihrer Zeit gebürst. Und so ist doch heute in Wahrheit auch... Du hast doch zum Beispiel heute in Russland auch irgendwelche Szenen und irgendwelche Swinger-Partys und sonstigen Partys, die sind teilweise krasser als das, was wir im Westen haben. Das heißt, in Wahrheit zelebriert doch der Russe einen bestimmten konservativen Zeitgeist nach außen hin den aber gar nicht alle in seiner Gesellschaft leben. Und genauso zelebrieren wir doch heute so unsere Medien zelebrieren als Gegenentwurf. So kommt mir das halt vor. So als totaler Gegenentwurf und als Troll an diesem konservativen Ding zelebrieren unsere Medien heute Vogue so nach dem Motto. Aber das heißt ja nicht, dass wir alle Vogue sind. Es gibt ja auch heute noch irgendwelche Menschen, die können sich damit überhaupt nichts anfangen. Zum Beispiel ich ich habe mich auch nicht geändert jetzt. Gar nichts derartiges. Und genau so wisst ihr nicht, worauf ich hinaus will? Es gibt so bestimmte Ideologien, die in einem Bettstreit liegen und Menschen bekennen sich zu dieser oder jener Gruppe. Aber genauso wie wir doch die letzten 60 Jahre unser Gutmenschentum zelebriert haben. Und die ganzen Hater, die Strackpanzermann, die hat doch auch irgendwo gelebt die letzten 60 Jahre. Die war Teil unserer Gesellschaft, obwohl sie ja oder der Kiesewetter oder solche Leute, der Söhnkneiz, es gibt unglaublich viele davon mittlerweile, die man irgendwie aufzählen könnte, die sind für mich Hater. Das sind irgendwelche Russenhass. Die waren doch trotzdem auch Teil unserer Gesellschaft, nur konnten sie nicht so, wie sie wollten oder sie hatten keine Veranlassung, weiß der Geier. Versteht ihr, wie ich meine? Und genauso, wie gesagt, hast du doch in Moskau und Petersburg irgendwelche liberalen Russen, die zelebrieren irgendwas und feiern irgendwelche Swinger-Partys und weiß der Geier und entsprechen überhaupt nicht diesem traditionellen Bild. Und deswegen ist auch vieles von dem, was wir Menschen labern, viel Überzeugungsarbeit, die ich geleistet habe, um mal den Bogen an den Anfang zu machen, warum ich dir das überhaupt alles erzähle. Guck mal, viel von dem Content, den ich aufgenommen habe auf meinem Kanal, der ist im Endeffekt für nass, weil ich ich bin und ihr hört mir zu, also wenn ihr mir zugehört habt, wenn ihr die entsprechenden Sendungen geguckt habt, dann habt ihr das getan, weil ihr halt so seid. Aber, dass jetzt irgendeiner gekommen ist, der ganz anders drauf war, sagen wir mal, so ein Belizist kommt jetzt auf meinen Kanal, hört meine Sendung und plötzlich so, Rainer, deine Worte haben mich berührt, du hast mein Leben verändert, ich gehe jetzt, keine Ahnung, ich fahre jetzt nach Moskau und frage Putin, ob er mich adoptiert, so nach dem Motto, das ist doch Bullshit. Versteht ihr, genauso wird ein eingefleischter Rechter nicht plötzlich links und ein Linker wird nicht rechts und die Strackpanzermann hört nicht auf, Waffenlobbyistin zu sein, weil ich ihr dieses oder jenes erzähle und ich werde nicht zum Belizisten, egal wie viel die Panzermann rumtut. Versteht ihr, dass die Panzermann heute in den Medien so ein großes Maul haben kann, heißt erstmal nichts weiter, als dass die Mehrheit der Medienmacher, der Entscheider in diesen Gremien des ÖRR im Endeffekt derselben Meinung sind wie sie. Und dass der Bürmermann und die Bosetti so lästern über die eigene Bevölkerung, sie sagen im Endeffekt nur das, was die Obrigkeit doch sowieso über dich denkt. Und genauso hast du doch auch irgendwelche alternativen YouTuber, die lästern über Habeck und Baerbock und Riccardo Lang und so weiter und sagen doch im Endeffekt auch nur das, was du denkst. Aber bringt das irgendwas? Versteht ihr? Ich meine, wir ergötzen uns daran. Wir lesen Bild-Zeitung oder manche lesen Bild-Zeitung, weil sie nun mal gerne irgendwelche Skandale hören, weil es ja schon fast keine Rolle spielt, ob es wahr ist oder nicht. Versteht ihr? Wenn wir irgendjemanden hassen und dann kommt, sagen wir mal, irgendwelche merkwürdigen alternativen grünen Weiber, die hassen den Lindemann, der passt ihnen nicht. Ich meine, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ist ja ein sehr spezieller Typ, sein Lebenszentrum und sein Reichtum und seine Macht, wie er da halt mit Frauen verkehrt und so weiter und so fort, das muss ihnen ja auch nicht gefallen. Aber sagen wir mal, jetzt setzt jemand sowas in die Welt, wie ja Lindemann hat irgendwelche Frauen mit Karotropfen. Es spielt im Endeffekt gar keine Rolle, ob es wahr ist oder nicht. Versteht ihr? Die, die ihn sowieso hassen, für die ist es wahr und die, die ihn lieben, für die ist es nicht wahr. Und deswegen brauchen wir eigentlich auch über dieses Thema nicht zu reden. Im Endeffekt habe ich mir in letzter Zeit immer wieder überlegt, ich habe irgendwelche Themen, ich sehe irgendwelche Themen und denke mir, mach was dazu. Aber im Endeffekt, guck mal, erzähle ich dir doch sowieso nur das, was du schon weißt, wenn du mir denn zuhörst und wenn ich dir was erzähle, was dir nicht gefällt, weil du einfach anders gestrickt bist, dann wirst du es dir gar nicht erst anhören, dann wirst du mal in den Dissack drücken und denken, Rainer, du bist doof. Wenn ich heute, es gibt unglaublich viele Kanäle heute mittlerweile, die sind irgendwie, die kommen so aus dem rechten Lager und erzählen mir, die Grünen wurden zerstört, die Grünen sind noch zwei Jahre an der Macht, so lange bis zur nächsten Bundestagswahl. Das wissen wir ja jetzt mittlerweile und deswegen können die so viele Videos darüber aufnehmen, dass die Grünen zerstört wurden, wie sie wollen, das spielt überhaupt keine Rolle. Genauso kann auch der Kolb irgendwie mir erzählen, alle drei Wochen eine neue Theorie auf Tischen, warum der Russe gerade am Verlieren ist in der Ukraine, ob der Russe in der Ukraine verlieren wird oder nicht. Sagen wir mal, in drei, vier, fünf Jahren werde ich zu Talia oder Phoenix gehen und da werde ich meinen Atlas kaufen, den werde ich aufmachen oder ich kann ihn ja auch nur nehmen dort, kann ihn aufschlagen, dann werde ich mir die Karte von Europa und Vorderasien angucken und dann werde ich wissen, ob der Russe gewonnen oder verloren hat und alles, was der Kolb unterwegs labert, ist im Endeffekt Bullshit. Und deswegen beschränke ich mich darauf, in letzter Zeit, also ich mache jetzt relativ viel mit Hörbüchern, was irgendwie einen Sinn ergibt, versteht ihr? Ich kann Menschen eine Freude machen und ich kann mir selber eine Freude machen, ich kann mich selbst verwirklichen, indem ich in meiner Freizeit Zeit aufwende, um Menschen eine Freude zu machen, um ihnen irgendwelche spannenden oder für sie interessanten Geschichten zu erzählen, aber das ergibt im Moment einen Sinn und meine Analysen rund um das Thema Geopolitik ergeben auch irgendwie noch einen Sinn, aber meine ganzen Meinungsbeiträge teilweise ergeben die keinen Sinn mehr. Komme ich mir irgendwie sinnlos vor, weil was habe ich davon, dir zu erzählen, was du schon weißt oder irgendwelchen Leuten irgendwas aufs Ohr zu schätzen, was sie nicht interessiert, was sie nicht mögen. Ich werde mich nicht ändern. Oder sagen wir mal, wenn ich mich ändere und wenn du dich änderst, dann werden wir uns ändern, weil irgendwas passiert in unserem Leben, was uns beeinflusst. Du weißt ja, wieso es normalerweise läuft, aber wir werden uns doch jetzt nicht ändern, weil die Panzermann irgendwo im Spiegel oder bei Lanz rumhätet. Versteht ihr? Die Panzermann kann ihr Maul halten. Der ÖR kann sein Maul halten. Ich hätte die Grünen trotzdem nicht mögen, egal wie sehr sie darum, ja Mann, warum seid ihr gegen die Grünen und die Bauern sind rechts und von Putin gesteuert. Ja, von mir aus denkt ihr das. Ich denke das nicht und ich habe auch gar keinen Diskussionsbedarf. Versteht ihr? Es gibt auch unglaublich viel Content, hab ich ja häufiger schon mal thematisiert, irgendwelche Weiber, die überbordenden, zum Beispiel Wirtflex. Wirtflex regt sich auf über irgendwelche Weiber, die so merkwürdige Vorstellungen haben, wie Männer zu sein hätten und was für Männer sie nicht mögen, aber im Endeffekt geht mir am Arsch vorbei. Versteht ihr? Was interessiert mich, was diese komischen Weiber denken? Keine Ahnung, im Real Life würde ich auch nicht mit denen flirten, so nach dem Motto. Ich habe das ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das hier auf dem Kanal hochgeladen habe, im Real Life hast du ein sehr gutes Gespür dafür, bei welchen Menschen, mit welchen Menschen du nichts anfangen kannst, da würdest du gar nicht erst mit solchen Frauen flirten. Im Internet sitzt du aber da und guckst dir irgendwelche Sendungen darüber an, was sind Scheiß, die labern und dann kommentiert jemand, mit dem du halbwegs auf einer Wellenlänge bist, wie dumm die eigentlich sind. Aber ich kann es auch lassen, so nach dem Motto. Ich weiß doch schon, also ich kann mir doch schon denken, wenn ich drei, drei, vier, fünf Sendungen von Weirdflex gesehen habe, dann weiß ich doch schon, worauf es bei seinem Content hinausfällt. Ich meine, 300.000 Abonnenten freut mich auch, wie ne. Ist ja auch ein cooler Dude, so nach dem Motto, aber irgendwie kann er es auch lassen, versteht ihr? Und Daniele Ganser erzählt mir auch schon seit 20 Jahren was über die Machenschaften des Imperiums USA und des dunklen Reiches NATO, aber das weiß ich doch auch schon, was da kommen wird. Letzten Endes wird es immer aufs selbe hinaus. Und so weiter. Versteht ihr? Es läuft in Wahrheit immer, also nicht immer, aber oft, in vielen läuft es immer aufs selbe hinaus, irgendwelchen wirklich bereichernden Content, irgendwas Neues, irgendwas, was einen erfüllt, was einem was bringt, wo man sich das so reinzieht und dann am Ende fühlt man sich besser oder größer oder stärker oder man hat irgendwelche Erkenntnisse oder irgendwelche Einsichten oder man irgendwas, man zieht sich irgendwas rein und denkt so, mein Gott, das hat jetzt mein Leben verändert. Das ist heute in Wahrheit unglaublich selten, das war schon immer unglaublich selten, aber heute verbringen wir viel mehr Zeit damit, uns irgendwelchen Mist reinzuziehen oder ich als YouTuber verbringe viel Zeit damit, irgendwelchen Mist zu kreieren, den ich auch, wo ich im Endeffekt auch sein lassen könnte. diese ganzen ideologischen Gegensätze, woke oder nicht woke, Patrioten oder keine Patrioten, hü oder hot, hell oder dunkel, schwarz oder weiß, die Großen gegen die Kleinen, guck mal zum Beispiel, ich hab so einen Artikel gelesen, irgend so eine Transfrau, also da gab es mal so eine Miss Asien, irgendwas, ich glaub, irgendeine Chinesin, Thailänderin, wie auch immer, die hat sich dann zum Mann umoperieren lassen und die ist zu Geld gekommen, die war Model, sie hat sich umoperieren lassen, zu einem Mann, das war, hat sich so einen späten Wunsch erfüllt, jetzt hat sie einen Miss Asien Wettbewerb gekauft, der günstig zu haben war, weil doch in Wahrheit vieles von dem, versteht ihr, vieles von dem, was heute von Woke unterwandert wurde, ist doch in Wahrheit schon lange auf dem absteigenden Ast, guckt ihr noch die Eurovision? Ich nicht. Mir ist scheißegal, wer dort gewinnt, wo mir was gewinnt, ab jetzt die Ukraine die nächsten 50 Jahre jedes Jahr. Ich meine, ich weiß doch, dass sie aus politischen Gründen gewinnt. Es könnte der letzte, hinterletzte Honk dort hingeschickt werden oder es gewinnt sowas wie dieser komische Österreicher mit Bart, ihr wisst schon. Natürlich ist das aus politischen und ideologischen Entscheidungen, aber letzten Endes geht es mir doch eher mal schon, was mit der Eurovision ist. Und letzten Endes geht es mir auch mal schon, wer Miss Asien ist. Wenn ich heute Instagram aufmache, dann springen mir doch förmlich 10.000 perfekt gestylte, total zeroperierte Weiber ins Auge, so nach dem Motto, wofür brauche ich da noch eine Miss Germany. Was interessiert mich, wer Miss Germany ist? Überlegt euch das mal ganz nüchtern, irgendwelche Leute, die sich so aufregen, wow, jetzt wurde, jetzt wieder irgend so eine dicke, dicke Trans-Troller, hat irgendein Wettbewerb gewonnen, aber ich habe doch auch die letzten Jahre mich nicht dafür interessiert, wer irgendwelche Wettbewerbe dieser Art gewonnen hat. Und jetzt vor allem errege ich mich drüber auf, weil die Miss Germany 2024 oder 2023 nicht mehr so aussieht, wie die Miss Germany 1990. Ich habe mich auch aufgeregt, weil irgendwelche Leute gegen Weihnachten haten, aber mal ehrlich, man hat mir das letzte Mal, überleg mal, feierst du noch so richtig Weihnachten, so wie du solltest, nach altem Brauch? Meine Oma hat noch Weihnachten gefeiert, nach altem Brauch, so wie ein bodenständiger, orthodoxer Slabe es feiert. Ich gehe zu meinen Eltern, so als Familien, das ist doch so der letzte Brauch, den ich noch befolge, diese ganzen Feiertage sind ja bei den Joghurts irgendwie so als Familientage angedacht. Das heißt, ich gehe zu meinen Eltern, meine Eltern kaufen eine bessere Torte, das kostet ja heute ein Vermögen, so eine schäbige Koppenrat- und Wiesentorte, gar der Lockerwaren 16, der kostet, dann kaufen die halt so eine Torte und kaufen irgendeinen so einen teuren Sekt und dann hauen wir uns das rein und das war's. Versteht ihr? Das war dann das Fest der Liebe und des Friedens. Und wenn jetzt irgendwelche merkwürdigen, irgendwelche merkwürdigen Grünen kommen und mir erzählen wollen, wir sollten nicht mehr Weihnachten feiern. Ich feiere es doch eh schon nicht. Versteht ihr? Ihr könnt mir doch nicht wegnehmen, was ich mir doch selber schon weggenommen habe. Und so weiter. Und wenn irgendwelche Gay-Aktivisten meinen, sie müssen sichtbarer werden, sollen sie doch. Versteht ihr? Sollen sie auch machen, was sie wollen. Ist mir doch egal. Ich hab mit der Gay-Community, ich meine, ich lebe ja in Frankfurt, das hat ja eine der stärksten Gay-Communities überhaupt. Das ist jetzt alles so ein bisschen nach Berlin abgewandert. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich Schüler war, da war das ja hier die Gay-Stadt schlechthin. Aber ich hatte mit diesen Leuten, mit der entsprechenden Subkultur und mit den entsprechenden Bars und Clubs, hatte ich noch nie was zu tun, weil ich schon mal nicht gay bin. Und jetzt hab ich auch nichts damit zu tun. Und auch wenn die da an einem Tag im Jahr irgendwo rumlaufen und sich so eine Bad-Taste-Veranstaltung geben müssen, manche. Aber wenn man das auch nicht verallgemeinern kann, sollen sie doch. Ist mir doch egal. Steht ihr? Und wenn Strack-Panzermann mir unbedingt erzählen muss, dass Putin kurz davor ist abzukratzen, dann soll sie mir das halt erzählen. Ich werde ja sehen, was passieren wird. Im Endeffekt interessiert mich das alles nicht. Und im Endeffekt ist unglaublich vieles davon einfach nur dummes, sinnloses Gesülze. Ich mache einen YouTube-Kanal und bin irgendwann zu der Erkenntnis gelangt, dass YouTube im Grunde für den Arsch ist. Dass soziale Medien sowieso komplett für den Arsch sind. Es gibt ja jetzt diese KI-generierten Bilder. Ich generiere ja selber Bilder mit Mid-Journey für meine Hörbücher. Aber du hattest in den letzten also in den letzten ein, zwei Jahren hattest du so eine Schwemme von diesen sinnlosen Bildern. Weil das sieht ja alles nice aus. Wenn du Mid-Journey richtig einstellst, dann kannst du auch nur schreiben Mann mit Pfeife sitzt auf einer Bank. Und du kriegst so ein krasses Bild raus mit so einem krassen Schäfer mit so einem krassen Falten. Irgendwo wird Mid-Journey schon ein entsprechendes Motiv klauen und es wird zu krass aussehen. Aber der Witz ist, da das ja out of context ist. Versteht ihr? Solche Bilder kann ich ja, da kann ich ja tausendstück am Tag generieren. Zum Beispiel bei Instagram. Instagram ist ja ursprünglich ein Bilderdienst. Ich meine, hat sich auch erweitert in den letzten paar Jahren, aber war ursprünglich ja mal ein Bilderdienst. Auch heute noch werden sehr viele Bilder dort gepostet. Hat es so eine Schwemme von diesen KI-Bildern gegeben, die aber in Wahrheit total langweilig und dumm sind. Und wenn ich da so ein Video sehe, wie zwei Mütter aneinander geraten und fast in der Schlägerei ausbrechen, dann ist es ja emotional besetzt mit irgendwas. Kann ich mir angucken, da kann ich Partei ergreifen oder mich darüber lustig machen oder mich drüber aufregen oder sonst was. Aber bei so einem KI-generierten Bild, das ist ja erleblos. Das sind ja tote Bilder zum Beispiel. Und der Witz ist, diese Schwemme von diesen Bildern hat Instagram innerhalb von relativ kurzer Zeit getötet, wenn du heute irgendwas postest. Die meisten Menschen gucken gar nicht mehr auf den Feed. Die gucken noch, was posten ihre Leute, mit denen sie befreundet sind. Du kannst auch interagieren, auch heute noch bei Instagram. Aber ich habe mir schon ewig diesen Feed nicht mehr angeguckt, weil er eh nur Werbung und irgendwelcher Schwachsinn kommt, der mich nicht interessiert. Du hast irgendwelche interessanten Influencer bei Telegram, denen ihre Kanäle abonniere ich mir, da gucke ich drauf, den folge ich vielleicht auch in irgendwelchen anderen sozialen Medien. Der meiste Kram interessiert mich nicht. Und auch TikTok ist doch in Wahrheit unglaublich langweilig. Der Feed bei TikTok ist doch auch nur noch vermüllt bis zum Gehtnichtmehr. Ich bin ein Content Creator für Digitalfilm und Visuelle Effekte, ein Filmemacher und ein Content Creator in sozialen Medien, der irgendwann zu der Erkenntnis gelangt ist, dass soziale Medien für den Arsch sind und jetzt seine Präsenz in sozialen Medien dafür braucht oder gebraucht, um über soziale Medien und die Sinnhaftigkeit zu lästern. Und selbst dafür ist mir meine Zeit mittlerweile zu schade. Ja, meine Zuschauer und Zuschauerinnen, so sieht es ziemlich aus. Und auch diese ganzen Shitstorms. Ehe, ohne Scheiß, gebt euch mal Freds, Alter. Freds ist zu krass. Die ganzen Woken, die sind jetzt bei Freds. Das ist lustig zu lesen. Und scheiß, da sind Leute, es sind hauptsächlich Frauen. Irgendwie scheint Vogue so ein Frauending zu sein. Ich will gar nichts sagen gegen die Frauen. Aber zum Beispiel, sie regen sich heute noch darüber auf, dass sie irgendwie gemobbt wurden, also dass irgendjemand sie nicht mochte während ihrer Schulzeit. Und dann drehen sich epische Diskussionen, epische Diskussionen, drehen sich darüber, wie sehr das damals ihre Gefühle verletzt hat. Es geht unglaublich viel um Befindlichkeiten. Über sie selber, also über sie selber, ihre Gefühle und ihre Befindlichkeiten. Ich bin halt so einer von diesen typischen Männern, die so aus so einer toxischen, patriarchalen Gesellschaft kommen, die sich gar nicht so viel über sich selber Gedanken machen und auch nicht unbedingt sehr leicht einen Bezug zu ihren eigenen Gefühlen. Also ich habe das im Laufe der Jahre habe ich das geübt. Ich habe mich da auch weiterentwickelt. Aber die Vorstellung, dass ich da sitze und einen Social Media Account betreibe. Ich meine, das ist im Endeffekt genauso sinnvoll wie das, was ich mache. Meinst du auch sinnlos? Das ist genauso sinnlos, wie sich die ganze Zeit um seine eigenen Befindlichkeiten zu drehen. Aber trotzdem ist die Vorstellung, so zu sein und das zu tun, völlig absurd. Ich pisse mich da jedes Mal weg. Alter, zu geil. Was für Storys und worüber sie sich aufregen und was für Themen sie diskutieren. Versteht ihr? Da sind Frauen und ich würde sagen, es sind hauptsächlich so Frauen ja, ja, so mittleren Alters, 30 bis Mitte 50, die den ganzen Tag reden um des Redens willen. Das ist ihr Inhalt. Dann suchen sie sich irgendeine Befindlichkeit. Entweder es geht darum, dass jemand gemein zu ihnen war oder dass irgendwas unfair ist. Es ist unglaublich, was für Ungerechtigkeiten die entdecken und wofür man sich alles einzusetzen hat. Es gibt ja auch irgendwelche Psychologen mittlerweile, die diese ganzen Woken, die diese ganzen Woken-Gedankenwelten analysiert haben. Guck mal, du hast zum Beispiel so eine Trulla wie Safsan Shepli. Die denkt, sie wird diskriminiert als Palästinenserin, als Frau, als Muslima und so weiter. Witzigerweise findet sie auch, entdeckt sie auch ständig in ihrem Alltag irgendwelche Anzeichen dafür, dass es so sein könnte und alles, was Interpretationsspielraum hat. Versteht ihr? Wenn du irgendwas zu Safsan Shepli sagst, es gibt auch so Beispiele, die diese selber erzählt. Zum Beispiel, sie ist in einem internationalen Hotel in Berlin, steigt sie ab bei einer Konferenz und eine deutsche Hotelmitarbeiterin spricht sie an auf Englisch. Dann flippt Safsan Shepli aus und rennt weinend davon und denkt, sie wird nicht akzeptiert und sie wird diskriminiert und versteht ihr? Sie interpretiert unglaublich viel soziale und sonstige Missachtungen. Die Hotelmitarbeiterin hat sich wahrscheinlich gar nichts dabei gedacht. Und so ist es häufig so, dass irgendwelche Leute irgendwelche Sachen sagen, gerade im Internet, das Internet und die sozialen Medien, es sind ja ein Hort der Missinterpretation und ein Hort des Interpretationsspielraums, weil wenn du mit jemandem real laberst, dann siehst du ihn ja, du siehst seine Frotze, du hörst seinen Tonfall und so weiter und so fort, auch da kann es zu Missverständnissen kommen, aber das Internet ist ja prädestiniert dafür. Aber jetzt stell dir vor, du hast ein bestimmtes Vorurteil und sei es nur das Vorurteil, dass du ein Opfer bist oder dass irgendwas ungerecht ist oder dass irgendwas gegen dich ist, aber total vieles davon ist gar nicht gegen dich. In Wahrheit bist du nur ein kleines, unbedeutendes Rädchen in einer gigantischen Maschine aus acht Milliarden Menschen auf dieser Welt. Ja, ganz ehrlich, die Welt, die kackt auf dich, die kackt auf mich. Wir sind sowas von unwichtig. Und dann hast du, wie gesagt, da irgendwelche Leute, vorzugsweise Frauen, die da sitzen und irgendwelche vermeintlichen Ungerechtigkeiten entdecken. Mag ja sein, dass manches davon echte Ungerechtigkeiten sind. Aber 90% davon ist ein Handkäs. Und irgendwelche Diskriminierungen und so weiter, versteht ihr? Diese Hotelmitarbeiterin, die sieht eine Frau, die sieht aus wie eine Musima. Und sie sitzt in einem internationalen, sie arbeitet in einem internationalen Hotel. Sie versucht es halt mal auf Englisch. Woher will sie wissen, dass Sabsan aus Berlin ist, dass sie von hier ist, das weiß sie nicht. Aber trotzdem kann es für Sabsan Schäpli nichts anderes sein, als eine Missachtung und Diskriminierung ihrer Person. Ohne Scheiß, das ist Vogue. Vogue ist viel stumpfsinniger und viel primitiver, als ich in Wahrheit dachte. Es gibt einen ideologischen Unterbau, es gibt irgendwelche merkwürdigen Theorien, wie diese Critical Race Theorie und so weiter, aber meistens basieren in Wahrheit voll viele Dinge auf irgendwelchen Missinterpretationen, auf irgendwelchen Interpretationsspielräumen und auf irgendwelchen höchstpersönlichen Befindlichkeiten von Menschen, die bei bestimmten Themen einfach zu angespitzt sind. Guck mal, es ist ja genauso absurd, wie sich ja irgendwelche Weißen über kulturelle Aneignungen aufregen. Ich meine, ich würde ja verstehen, aber nein, eigentlich nicht, wenn ein Rastamann aus Jamaika oder aus Äthiopien sich darüber aufregen würde, dass irgendwelche Weißen seinen Style kopieren. Das kann ich ja noch halbwegs nachvollziehen. Aber, dass irgendwelche irgendwelche Linken irgendwelche Leute canceln, weil sie weil sie Reggae, versteht ihr, dass das eine deutsche Band ist, das ist völlig absurd. Das ist ein Produkt dieser Gedankenwelt. Und das ist alles so nutzlos, wenn du erstmal in diesem Ding drin bist, ein Teil dieser Welt bist, dann kannst du unglaublich viel Content zu diesem Thema produzieren, du kannst unglaublich viele Meinungsbeiträge produzieren, du kannst dich aufregen. Du wirst immer irgendwelche Gründe finden. Auf der Schiene wirst du immer irgendwelche Gründe und Anlässe und Anhaltspunkte finden, warum du dies oder jenes unfair findest. Du kannst alles so drehen und wenden, verstehst du? Das ist das Gegenteil von Fünfe gerade sein lassen. Verstehst du? Ich meine, normalerweise sind Menschen nicht gegen dich. Es gibt Leute, die mögen dich nicht. Es gibt Leute, die mobben dich. Das ist auch gar kein Thema. Es gibt Leute, die sind Rassisten. Das ist ja auch alles gut und schön, aber in der Regel sind sie es eher nicht. Aber wenn du anfängst, nach Ungerechtigkeiten, nach diesen ganzen Dingern zu suchen und alles, was du entsprechend auslegen kannst, zielgerichtet auch aktiv so auszulegen, dann, ja, dann Welcome to Hell, so nach Motto. Ich hoffe, diese Sendung hat dir irgendwas gebracht, aber mir hat sie auf jeden Fall was gebracht. Ich wünsche noch einen schönen Abend und ja, man hört voneinander. Mach's gut, lieber Zuschauer und Zuschauerinnen und reg dich nicht so viel auf. Glaub mir, es bringt nicht so viel. Mach irgendwas, worauf du wirklich Bock hast. Mach's gut. Steig. Entschuldigung. Untertitelung des ZDF, 2020